Herzlich Willkommen zurück zu Unforseen Incidents. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen meditiert und etwas über die Vergangenheit von Professor Affan, nämlich dass er für die IRC gearbeitet hat, zu der er aber, wie er sagt, seit 25 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Ja, unerwünschter Nebeneffekt der Meditation in der Öffentlichkeit. Wir wurden bestohlen. Wir haben nichts mehr bei uns, außer ein vermissten Plakat und der Stadtkarte. Ja, echt blöd. Und, ja, müssen wir halt gucken, wie wir da jetzt mit klarkommen. Wir haben jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten. Wir gehen nochmal zum Hafen. Da, aha, 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 da ist die Diebin. Hey, du! Kenn ich dich? Ich will mein Zeug zurück. Sofort. Verpiss dich. Dann rufe ich wohl besser die Polizei, was? Ach, komm, Mann. Ich hab dir einen Gefallen getan. Besitztümer laugen nur die Energie unserer Seele aus. Gib mir sofort mein Multitool zurück. Oh, Mann. Okay, okay. Dein Scheiß ist da in der Schachtel. Das wurde auch Zeit. Deine Schakren sind echt total am Arsch, Kumpel. Tja, damit können wir leben. Aber wir haben unsere Sachen wieder. Ei, ei, ei. Entschuldigung. Was? Wie läuft das Geschäft mit der Trickbetrügerei? War schon mal besser. Wie läuft das Geschäft mit der Heulsuserei? Hey! Dein Deepak-Schakur-Unsinn hat wirklich funktioniert. Es hat irgendeine Art von Erinnerung freigeschaltet oder so. Und ich dachte, es wäre totaler Bullshit. Siehst du, ich wusste doch, es würde helfen. Also bitte. Du wolltest mich doch nur beklauen. Ein fairer Preis für spirituelles Gleichgewicht. Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Yep. Okay. Da haben wir jetzt unsere Fotos wieder. Ja, dann können wir doch hier den Schrottplatz ihm zeigen. Und dann gibt er uns vielleicht aus Nostalgie den Hafenpass, weil er doch nicht weg will. Das ist doch was, oder? Das ist doch was. Komm. Hey, Leroy, guck mal. Ich habe ein Foto von deinem Schrottplatz. Eigentlich ein Negativ. Aber damit kannst du ein Poster in Plakatwandgröße drucken lassen. Was? Harp. Das ist doch... Das ist... Meinst du, ich kann das haben? Hm. Na gut. Du weißt doch. Für deinen Kumpel mache ich immer gerne Ausnahme. Aber würdest du mir dafür eine Weile deinen Hafenpass leihen? Für ein Foto von meinem Schrottplatz mache ich alles, Harp. Aber den bringst du mir zurück, ne? Ich brauche den morgen selber. Na klar. Also bisher läuft es doch echt gut. Bisher läuft es. Dann können wir jetzt nämlich durchs Tor und Beweise sammeln. Was haben wir eigentlich hier? Den Aquila? Hey, was ist das denn? Was ist denn Aquila? Müde? Ruhelos? Wütend? Du bist nicht allein. Der menschliche Geist vermag viel mehr als der weltbeste und ausgeklügelste Computer. Der menschliche Körper ist stärker und anpassungsfähiger als die fortschrittlichsten Maschinen. Du, die Person, die diesen Flyer in der Hand hat, repräsentierst den Höhepunkt der Evolution auf diesem Planeten. Warum fühlst du dich kraftlos? Wir fühlen uns alle auch mal etwas kraftlos. Kraftlos, gehetzt, geschwächt. Aber das ist nicht dein wahres Ich. Aquila kann dich zu deinem wirklichen kraftstrotzenden Ich führen. Die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Aquila. Manche sind Studenten, andere sind erfolgreiche Geschäftsleute. Manche müssen sich von Abhängigkeiten von bestimmten Substanzen erholen. Egal, warum du selbst wieder die Kontrolle zurückbekommen willst, Aquila kann dir beibringen, wie du mit der Welt um dich klarkommst. Bist du bereit, deinen Geist zu öffnen und dein eigenes Potenzial zu entdecken? Sag deine Aquila-Kontaktperson, dass du soweit bist, mit dem Leben anzufangen. Den hat sie uns doch gegeben, oder? Hey, was ist Aquila? Was ist was? Dieser Aquila-Flyer, den du mir gegeben hast. Was ist das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Als du mir mein Zeug zurückgegeben hast, war dieses Aquila-Ding dabei. Ich hab keine Ahnung, Mann. Aha. Diese Aquila-Leute versprechen Erleuchtung. Passt doch ganz zu der Art von Nonsens, die du so verbreiten würdest, oder? Hör zu, Kumpel. Ich weiß einen Scheißdreck über deinen komischen Flyer. Ja, ich wurde mal bezahlt, um diese Dinge an beeinflussbare Typen zu verteilen. Aber das war's auch. Wenn du mehr wissen willst, liest dir das dumme Ding doch durch. Hab ich schon. Du hast also mal Aquila-Flyer verteilt? Ja, manchmal. Aber ich bin nie zu ihren Versammlungen gegangen. War nur leicht verdiente Kohle zwischen ein paar anderen Maschen. War das so? Würde ich dich anlügen? Oh ja, oh ja. Wer war dein Auftraggeber bei Aquila? Irgendein Ricardo. Er war ein Anwerber. Aber er steckte viel, viel tiefer in der Sache als ich. Wo kann ich diesen Ricardo finden? Was weiß ich? Ich hab ihn seit Wochen nicht gesehen. Der Penner schuldet mir noch 20 Dollar. Naja, ich halt mich lieber von dir fern. Japp. Ich frage mich, welche exotischen Tiere sie wohl in diesen Dingern verschifft haben. Okay, also Ricardo ist vielleicht der nächste Schlüssel. Oder hat sie die hier gesehen? Ich frage lieber jemanden, dem man über den Weg trauen kann. Okay. Dann gehen wir mal... Obwohl, dann gehen wir nochmal kurz in die Bar. Die ist doch vertrauenswürdig, die Person. Da möchte ich hier nochmal eben gucken. Und dann vielleicht doch nochmal in den Hafen. Weil vertrauenswürdig ist natürlich vor allem er hier. Leroy war in Yeltaun, als Amber verschwunden ist. Ich frage lieber jemand anderen. Mhm. Dann fragen wir mal sie hier. Hey, kennst du zufällig dieses Mädchen? Ja, das ist Amber Smith. Hat hier viel rumgehangen, bevor sie abgehauen ist. Abgehauen? Ja. Sie hat sich einfach mitten im Semester aus dem Staub gemacht. Zumindest behauptet das die Polizei. Ihr Mitbewohner Mika glaubt die Geschichte aber nicht. Deshalb auch die Poster. Was genau ist denn mit Amber passiert? Das weiß keiner so genau. Sie ist einfach abgehauen. Passiert manchmal bei Erstsemestern. Hätte sie aber trotzdem nicht für eine von denen gehalten, die wegen eines Kerls so durchdrehen. Wegen eines Kerls? Ja. Sie hat angefangen, sich mit diesem Ricardo zu treffen. Wer ist Ricardo? Er ist kein Student, aber er hat immer am Campus rumgehangen. Er war mit Trisha Parker zusammen. Kennst du Trisha? Sie arbeitet in der Bibliothek. Nee. Kenne ich nicht. Hm. Das ist doch der Ricardo hier von den Flyern. Hatte Ricardo etwas mit Ambers Verschwinden zu tun? Naja, ihr Mitbewohner behauptet es. Aber die Polizei glaubt nicht daran. Er hatte wohl ein grundsolides Alibi. Außerdem verschwinden in einer großen Stadt wie P.N. wohl ständig Leute einfach so. Was hältst du davon? Ich weiß nicht so recht. Amber schien mir eigentlich nicht der Typ Mensch zu sein, der einfach so verschwindet. Na gut, dann ist ja klar, dass dann Aquila die Sekte ist, die auch für das Verhalten der RHC verantwortlich ist. Interessant. Also hat Ricardo Trisha betrogen? Nein, nein. Sie haben vor Amber Schluss gemacht. Nicht sehr lang vor Amber. Aber so ist Ricardo. Okay, dann bis später mal. Interessant. Interessant. Es ergibt sich ein Bild. Dann müssen wir auf jeden Fall auch noch mal zum Campus und hoffen, dass wir Ricardo da auch noch mal finden. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein. Ja. Was haben wir denn hier? Einen Computer? Hey Kumpel, willst du da vielleicht wieder weggehen? Was ist das denn hier? Eine Drohne. Hör mal. Ich hab dir doch gesagt, du sollst da wegbleiben. Nee. Wer spricht denn da mit uns? Was haben wir denn hier? Standort Kürzel. Akutan, Barrenfields, Chester, Dunsville. Ach. So viele. Kürzel für die Spezitionen. Eieie. Ich fürchte, wir brauchen das später noch mal. Wir dürfen ja nicht an den... Weg von der Maschine, Junge. Diese Schiffscontainer sind ganz schön groß. Wird sicher nicht lange dauern, bis die alle als Studio-Apartments an vegane Banjo-Spieler und so vermietet werden. Ja, mal gucken. Container, Container, Container. So, und wer ist jetzt hier? Aha. Der Hafenarbeiter nervt. Hallo. Mein Kleiner. Ist einer von den Neuen, oder? Ähm, ja. So ist es. Ja. Meine Schicht ist fast rum. Wird gleich einer kommen, der dir zeigt, wie es läuft. Was machen Sie da? Gebt neue Vorschriften. Wir müssen die Lieferungen keimfrei machen, wenn sie hier angelandet werden. Wegen dem Virus, richtig? Mhm. Also desinfiziert die Maschine die Pakete. So wird mir das erklärt. Ich passe nur auf, dass die Wichtel in der Maschine kein Paket auslassen. Total aufregende Beschäftigung. Hm, nicht, dass die... die Pakete nicht desinfizieren, sondern infizieren. Finden Sie manchmal irgendwas Ungewöhnliches in den Lieferungen? Sowas wie Körperteile oder Riesenspinnen? Pass mal auf. Wenn du es spannend brauchst, dann kauf dir ein Ticket für die Geisterbahn. Hab keine Zeit, dir alles zu erklären. Aber ja, Riesenspinnen gibt's manchmal. Cool. Was bedeuten die Codes auf den Paketen? Sind die Kommissionierungskennungen. Die ersten drei Stellen stehen fürs Transportunternehmen, dann vier für Herkunftsort und Zielort. Ganz hinten ein eindeutiger fünfstelliger Referenzcode. Hm, nochmal bitte. Wie war das nochmal mit den Kommissionierungskennungen? Hat dir das in der Einführung keiner erklärt? Die ersten drei Stellen stehen fürs Transportunternehmen, dann vier für Herkunftsort und Zielort. Ganz hinten ein eindeutiger fünfstelliger Referenzcode. Interessant, okay. Was ist mit den Seagulls los im Moment? Kleiner, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich hab die Schicht um drei Uhr heut Nacht angefangen. Von mir aus kannst du dir die Seagulls sonst wo hinstopfen. Ja, so der Raccoonstyp, was? Ich schau mal lieber ab. So, Drohnen. Ich wusste nicht, dass sie hier Drohnen benutzen. Ich meine, dieses Ding wird sich entwickeln und die Menschheit auslöschen. Aber wie cool es aussieht. Tja, kannst mal sehen. Hier werden Kisten und Pakete von den Schiffen abgeladen. Guck dir nur die Größe dieser Pötte an. Eher Wolkenkratzer als Schiffe. Tja, wir müssen den da, glaube ich, irgendwie loswerden, weil mehr geht hier auch gerade nicht. Da kommen wir gerade nicht rein. Gut, und hier haben wir ja diese Codes. Ich glaube, für die Kürzel und für die Spedition. Hey Kumpel, willst du da vielleicht wieder weggehen? Nein, eigentlich nicht. Man stelle sich... Dann, was haben wir denn hier Schönes noch? Irgendwas sagt mir, dass sich hier keine Studenten herumtreiben. Ich frag lieber jemand anderen. Hallo! Nee, nee, nee. Ich schau mal lieber ab. Hm? Aber ich fühlte, wir können jetzt auch nicht hacken oder so. Das wäre eigentlich das Beste. Hör mal. Ich hab dir doch gesagt, du sollst da wegbleiben. Verdammt. Wir müssen da irgendwie den... Das ist eine von diesen Dingern aus den Musikvideos der 80er. Kann man mit der Maschine irgendwas machen? Müssen wir die sabotieren? Ich hab keine Ahnung, was wir hier ausmachen sollen. Dann gehen wir nochmal zum Campus. Hier ging ja auch nicht so viel. Hier war ja nichts weiter. Könnt ihr uns den Professor nochmal fragen, ob der irgendwas über die Verschwundene weiß? Oder wir können ihm auch mal die Fotos zeigen. Das wäre natürlich auch noch möglich. Ich sollte die Zeit des Professors nicht damit verschwenden. Ich behalte den Flyer-Lieb. Okay, vielleicht können wir mit Halliwill noch mal drüber sprechen. Also wenn es hier immer um uns Leute ablenken geht, da bin ich nicht gut drin. Das merkt ihr schon, ne? Ah, deswegen versuche ich gerade mal irgendwie anders nochmal zu gucken. LKWen haben wir noch gar nicht angeguckt. Spedition Logan D. Sieht aus, als hätte dieser Truck seit Wochen nichts mehr ausgeliefert. Logan D. Okay. Ach, hier ist die Stadtbibliothek. Dieses Haus ist großartig. Es ist so griechisch. Oder römisch oder sowas. Dagegen sieht das Büchermobil von Yeltaun aus wie ein von einem Ex-Häftling gesteuerter Eiswagen. Hm. Dann gehen wir doch mal die Bibliothek. Das sind aber viele Bücher. Diese E-Reader sind in einem schrecklichen Zustand. Sie riechen wie modriges Laub. Es kommt mir so vor, als sollte man hier drin ein Tweed-Jakett tragen. Das Gemälde erinnert mich an Greystone Woods. Ich hoffe, Jervis und Cardero geht es gut da draußen. Bestimmt, bestimmt. Bitte Ruhe. Keine Speisen oder Getränke. Keine Mobiltelefone. Nicht laufen, nicht tauchen, nicht ins Becken pinkeln. Dann reden wir doch mal mit Krisha. Oh, guten Tag, der Herr. Sturmhöhe. Hast du es gelesen? Äh, habe ich? Habe ich es gelesen? Habe ich Sturmhöhe gelesen? Hast du Sturmhöhe gelesen? Nein. Ich bin übrigens Trisha. Harper. Schön, dich kennenzulernen. Oh, ha. Ich habe gehört, ihr habt kostenlose Leselupen? Oh ja, aber nur für Senioren. Cool, cool. Kann ich eine haben? Kommt drauf an. Bist du ein Senior? Ich hatte gehofft, du gibst mir vielleicht einfach so eine umsonst. Geht leider nicht. Wenn du eine möchtest, sie kosten drei Dollar. Ist das nicht ein bisschen viel für eine kostenlose Leselupe? Halt den Mund und schieb die Kohle rüber. Okay. Ah, genau. Trisha ist ja die Ex-Freundin von Ricardo. Erzähl mir von Ricardo. Ricardo? Woher kennst du Ricardo? Ich habe nur gehört, dass ihr zusammen wart. Ich wüsste gerne ein paar Dinge über ihn. Wie fändest du es, wenn ich dir über deine Ex ein Loch in den Bauch fragen würde? Ich will dich damit echt nicht nerven, aber ich muss mehr über ihn wissen. Es ist wirklich wichtig. Worum geht's? Wie lange waren Ricardo und du zusammen? Ziemlich lang. So drei Monate? So lange? Es waren drei sehr innige Monate, okay? Wann hast du Ricardo das letzte Mal gesehen? Alter, müssen wir das hier machen? Bitte, Trisha. Ich kann's dir nicht erklären, aber es ist wichtig. Na gut. Zuletzt haben wir uns in der Nacht, in der wir Schluss gemacht haben, gesehen. Es war an dem Strand, den er so sehr mochte. Er hat mich immer dorthin gebracht, um mir sein Lieblingssternbild zu zeigen. Tequila oder so. Es war echt romantisch da draußen. Tequila. Hm. Okay, wir müssen also den Strand vielleicht finden. Vielleicht. Wieso habt ihr damals in der Nacht am Strand Schluss gemacht? Wir, wir wollten einfach verschiedene Dinge. Männer sind Schweine. Hab ich recht, Schwester? Nein, das war's nicht. Ricardo war ein sehr spiritueller Typ. Er hat ständig über seine Reise zur Erleuchtung gesprochen. In der Nacht am Strand wollte er mit mir auf eine echte Reise gehen. Er wollte, dass wir auf irgendeiner Insel leben. Ich mochte ihn wirklich sehr. Aber ich konnte die Uni nicht wegen eines Typen schmeißen. Selbst wenn er super heiß war. Super heißes Arschloch. Wo ist dieser Strand, an dem du mit Ricardo Schluss gemacht hast? Er heißt Glenora Beach. Glenora. Danke. Da. Ah, cool. Das ist sehr hilfreich. Hast du diese Geschichte von Ricardo und Ember gehört? Ja, hab gehört, dass da was lief, bevor sie abgehauen ist. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Was ist zwischen ihnen passiert? Alter, du interessierst dich echt viel mehr für meinen Ex als ich selbst. Wir haben erstmal genug über Ricardo gesprochen. Finde ich auch. Lass uns über was anderes reden. Warum stehen hier so viele Bücher rum? Das hier ist die öffentliche Bibliothek von Port Nicola. Hast du eine Lizenz für die ganzen Bücher? Brauche ich eine Lizenz? Brauchst du? Schätzchen, ich sollte die Bücher sofort mit rüber ins Revier nehmen. Nein, bitte nicht. Okay, okay. Aber lass sie wenigstens sterilisieren. Sonst ist dir bald alles voll mit Prospekten. Kommst du aus Port Nicola? Ich bin für die Uni hergezogen. Eigentlich komme ich aus Maplewood. Port Nicola ist okay. Aber ich habe Heimweh. Verstehst du? Ja, ich komme aus Yelthown. Yelthown? Oh, das tut mir leid. Hast du Familie dort? Keine Familie, nur ein paar Freunde. Das ist so schrecklich. Du hast Glück, dass du hier bist, oder? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Hm, okay, sie studiert also auch. Was denn? Was studierst du? Englische Literatur im Hauptfach. Und du? Ich? Oh nein, ich bin kein Student. Ich meine, ich war's mal. Für eine Woche oder so. Vor Jahren. Also bist du so richtig alt? Ja. So richtig extrem alt. Ich mache mal ein Nickerchen in der Großdruckabteilung. Okay, der Computer stimmt. Der ist auch interessant. Was ist das für ein monströser Computer? Das IBV? Das interaktive Branchenverzeichnis. Es ist ein Teil des Bibliothekprojekts zur lokalen Geschichte. Wofür kann man es verwenden? Du kannst alle Unternehmen und Institutionen aus Port Nicola in den letzten 30 Jahren durchsuchen. Ein paar meiner Freunde an der PNU haben daran mitgearbeitet. Ist aber ein ziemlich ödes Teil, um ehrlich zu sein. Ah, wird uns vielleicht helfen. Kann ich das IBV benutzen? Klar. Ich habe es nur ausgemacht, um Strom zu sparen. Der Knopf ist auf der Rückseite. Danke. Was hältst du von der RHC? RHC? Ich finde, sie leisten gute Arbeit. Ich meine, sie halten diese schreckliche Krankheit von der Stadt fern. Habe ich recht? Naja. Und was würdest du denken, wenn ich dir erzähle, dass die RHC den Virus verbreitet? Dann würde ich dir den Weg zur Selbsthilfeliteratur erklären. Aber wir haben ja schon wieder einiges zu tun. Das gefällt mir. Hast du schon mal von Aquila gehört? Aquila? Das war's. Das war der Name von Ricardos Lieblingssternbild. Hm. Interessant. Ich muss los. Oh. Willst du nicht noch ein Buch ausleihen oder so? Hm. Vielleicht später. Cool. Bis später. Sehr schön. Wir haben jetzt also eine Lupe noch dazu gekriegt. Ja, klar. Hier eine Lupe. Und wir können den Computer nutzen. Wir haben einen neuen Ort mit dem Strand, wo wir Ricardos hoffentlich finden werden. Aber das alles dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. очно. Ja.